Auf der diesjährigen Schuhmesse der GDS wurden jetzt in Düsseldorf erneut die neuesten Trends für die kommende Saison gezeigt. Über 900 Brands präsentieren hier ihre Kollektionen. Neben den aktuellen Formen und Farben präsentieren die Aussteller zudem ihre neuesten Innovationen. Zum einen ist das unsere On-Air-Bubble-Sohle. Die hat 300 Luftkammern. Auf diesen Luftkammern laufen sie wie auf Luft. Die Schuhe werden flexibler, die Füße laufen wie im Sand. Und diese Luftkugeln haben den Vorteil, dass sie die Feuchtigkeit, die im Schuh entsteht, aufsaugen, auch in diesen kleinen Kügelchen. Und am Abend, wenn sie aus dem Schuh rausgehen, entweicht die Luft, die Feuchtigkeit wieder nach außen. Also es ist eine Klimaanlage im Schuh. Zudem haben wir noch einen Antischock-Absatz. Wir haben einen Stoßdämpfer-Absatz entwickelt, der auch wieder europaweit patentiert ist. Dieser Stoßdämpfer-Absatz wirkt auf die Wirbelsäule sehr, sehr positiv. Die Stoßbelastung wird um 50 Prozent reduziert. Das sind so die Innovationen, die Caprice zusätzlich in ihren Schuhen eingebaut hat. Und in der Realität sieht es dann so aus, dass wir hier den Schuh haben. Hier im Absatz ist dieser Stoßdämpfer eingebaut und wir haben hier in der Sohle nach innen diese Kugeln mit eingebaut. Sie sehen das nicht, Sie fühlen es und Sie laufen wie auf Luft. Für alle Schuh-Ebhaber heißt es in Zukunft noch mehr Mut zur Farbe. Es wird knallig und poppig und wer noch ein wenig mehr Mut beweisen möchte, kann gerne auch auf absolut ausgefallene Modelle zurückgreifen. Hier steht die Devise im Vordergrund, schön ist was gefällt. Musik 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 Musik